so ok da können wir uns auch noch das buch grabben wenn wir schon mal da sind das wäre ja auch nicht verkehrt das wäre ja auch nicht verkehrt so ja ok und das ist noch bündeln Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, was war das? Aber jetzt... Oh! Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, dass es deine Wunde kommt Ah, da war ja eine Ja, nice Ach, da war noch eine Schlange Ah, da ist ein Snake Ah, da war ja 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 Okay Haben wir noch einen vergessen? Okay Ah, da war ja 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 Du bist da. So ein Kuma, Mann. aber vielleicht aber hier ist auch eine quest vielleicht passt ja der schlüssel schlangen unglaublich und das in england also den dring Der ist aber Level 90. Mit dem legen wir uns noch nicht an. Bis jetzt sind alle diese Typen 90. Aber gut. Sind wir auch ja bald. Von daher. Haben wir da keinen Schmerz mit. Wie geht los? Halli, hallo. Ich bediene mich erst mal. Hallo, mein Kind. Wurde euer Haus mit Gestank gestraft? Ich wünschte, ich könnte lachen, aber ja, es stimmt. Den Geruch hat der Teufel gesendet. Der Teufel, dessen leibeswucht ich bin. Dieser Gestank. Er tunkt seine Pfeile in Kudung und wäscht sich neben... Er sagt, das bringt ihm Glück. Wir müssen den Vaters Scheißhaus ersticken. Den Kudung bewahrt er in diesen Kissen auf. Der zum Schlimmsten aller üblen Gerüche vergonnen ist. Oh, wie das stinkt. Mhm. Ruhig bleiben. Da ist doch was, Frank. Der ist nicht umbricht. Ja, ohne diese widerwärtigen Fladenkisten kann das Haus wieder sauber werden. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Diese Bären sind das Einzige, was mein Leben vor diesem alles zersetzenden Mies schützen kann. Oh, nein. Da haben wir gar nicht drauf geguckt. Oh, Gott. Hätten wir drauf achten sollen. Wir sterben ja. Oh, Gott. Sind wir vergiftet worden von diesem Stung-Beef. Okay. Na ja. Können wir da wieder ansetzen jetzt, bitte? War doch eigentlich recht nice. Ja. Mein Sohn, ich schäme mich für unser mitgestankverfluchtes Haus. Hallo, mein Kind. Oder euer Haus mit... Ich wünschte, ich könnte... Ertunk den Kuh... Das ist doch eine Frage. Der Geruch könnte dich umbringen. Und ja, ohne diese widerwärtigen Fladenkisten kann das Haus wieder sauber werden. Ich kann mir keine Finger erlauben. Diese Bären sind das Einzige, was mein Leben vor diesem alles zersetzenden Mief schützen kann. Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Ruhig bleiben. Was siehst du da oben, Sönin? Hm. Nein. Das ist doch eine Fülle. Wenn ich es mir freut, geht es. Ich bin ein Hüerer. Jetzt sind die Leiter im Busch. Ich bin ein Wagen, ich bin ein Wagen. Jetzt steigt nicht mehr zu, ich bin ein Wagen. Ich habe schon ein Wagen. Ich bin ein Wagen. Ich bin ein Wagen. Ich bin ein Wagen. Ich bin ein Wagen. oh scheiße was mache ich denn verkehrt ja ich bin vergiftet aber ja mist mir waren so gut wir hatten fast alles draußen aber wir waren da schon haben wir noch auf einmal hallo mein kind ich wünsche er tunkt den kuh ja ohne diese widerwärtigen ladenkisten kann das haus wieder sauber werden ich kann mir keine fehler diese bären sind das einzige was mein leben vor diesem alles versetzenden mies schützen kann oh man ruhig bleiben hier ist doch was so und 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 Aber was müssen wir denn noch machen? Hier stinkt es widerwärtig, ja? Ich habe nicht gelernt, du hast das scharfes Hunger und ich wäne, dass es schon hier ist, vor dem der Dome dach in der Sprechung ist. Wundervoll! Das Haus ist wieder bewohnbar! Die Kisten sind fort, aber meiner Erfahrung nach muss man die Quelle beseitigen, sonst kommt der Gestank zurück. Mein Vater, Schiedwald, er ist ein berühmter Bogenschütze, aber er wäscht sich nie, nie! Ich stelle ihn zur Rede, diese Eiterbeule. Mutter, ich hole Vater zurück. Es reicht mir. Veränderung liegt in der Luft. Buchstäblich! Okay. Buchstäblich. Alles klar. Kann ich mal mitgehen? Buchstäblich. Alles klar! Ah und drogen. und wir leben in der achsel höhle des teufels denke darüber nach zu dir aufs fuller gehöft zurückzukehren denn selbst auf einem bauernhof nach ist nicht so sehr wie unter skidwald ich nenne meinen garten vor da nur noch denn ich nicht hätte heiraten soll bitte schicke mir hilfe am besten lauge es ist schon durch das ist ein problem ist ja da ist er ja das stimmte ich kann nichts dafür dass mein dreck nützlich ist mit scheiße sind meine pfeile tödlicher im krieg hat sich niemand beschwert lass mir meinen göttlichen schmutzpanzer mein clan der schlamm ich kann mir keine fehler erlauben eines tages werde ich untergehen aber mein heldenduft bleibt bestehen er gibt mir besondere gekriegt das hat mir gott gesagt das ist doch eine falle ich kann nichts dafür dass mein dreck nützlich ist mit scheiße sind meine pfeile tödlicher im krieg hat sich niemand beschwert okay okay eines tages werde ich untergehen aber mein heldenduft bleibt bestehen er gibt mir besondere kräfte das hat mir gott gesagt ruhig bleiben hier ist doch was voll und wir können ein leben ohne die giftwolken leben die er einst verströmte oh man gepriesen sei der herr mein schöner schietwald ist aufs neue getauft mein liebster endlich bist du sauber und unser haus auch komm her endlich kann ich deine haut wiedersehen okay wie fühlt es sich an sauber zu sein schietwald dieses gefühl der sauberkeit ist seltsam ich war glücklich als verwahrloster dreckspatz noch eitel kalt hat es mich nie gedürstet das eigene verlangen steht nicht immer im einklang mit dem der götter der familie und der naja Bettgenossin es kommt mir vor als hätte ich mein kriegerisches ich verkauft die scheiße inspirierte meinen bogen meine kacke pfeile säten angst in den nasen meiner feinde deine pfeile werden sicher weiter ihr ziel finden deine treffsicherheit hast du dir nicht abgewaschen das wird die zeit zeigen repol sehr schön es geht mal der schöne alter verwalter ich spreche ab wenn die eine Vielen Dank.